Die vor drei Jahren eingeführte Neupatientenregelung soll nun wieder entfallen. Sie sollte in Arztpraxen für mehr Arzttermine sorgen und mehr Behandlungen und Neuaufnahme ermöglichen, weil die ärztlichen Leistungen nicht mehr von den Krankenkassen gedeckelt werden. Privatpatienten, die die vollen Sätze bezahlen, wurden daher bevorzugt aufgenommen. Der Missstand sollte behoben werden, dass Kassenärzte, die ihr Budget überschritten hatten, für weitere Leistungen nur noch 10 bis 20 Prozent der Honorare erhielten. Das führte aber wiederum dazu, dass nicht mehr Patienten angenommen wurden, als bis zum Erreichen der Budgetgrenze. Zurzeit erhalten die Ärzte die üblichen Honorare für jede Behandlung eines Neupatienten. Das belastet die Krankenkassen enorm. In 2023 entsteht dadurch ein Defizit von 17 Milliarden Euro. Ein Grund dafür sei, so Bundesminister Lauterbach, dass viele angebliche Neupatienten gar keine echten Neuzugänge waren. Der Schritt zurück zu den Kassenbudgets wird dasselbe Problem wieder reanimieren. Die Ärzteschaft warnt deshalb davor, dass nun Neupatienten wieder keine Arzttermine bekommen und zur Behandlung auf die Kliniken ausweichen, in denen chronischer Personalmangel und Pflegenotstand herrscht. weil es das Anzeige eines Umbrückenswerten peux sein. Die Anzeige des Kliniken ausweichen habe,